Was ist das Romantik Hotel in Marling? Es wird natürlich sehr breit aufgestellt. Ich habe ja seit Generationen einen Gasthof oder Hotel übernommen, das Romantik Hotel Oberwirt in Marling, das eine 500-jährige Geschichte zurückblicken kann. Früher war die Landwirtschaft die primäre Einnahmequelle, ein Gasthof die Sekundäre, mittlerweile ist das Hotel die primäre Einnahmequelle. Aber die Seele und das Herz ist nach wie vor ganz stark bei der Landwirtschaft Obstbau und Weinbau. Ich habe ja deswegen, weil ich Wein so lieb, jetzt den neuen Weinkeller auf Eichenstein aufgebaut. Und da bin ich auf die Firma Mohrigel gestossen. Mich hat einfach die Firma fasziniert vom ersten Augenblick an. Ich habe öfters Werbung gelesen, ich habe öfters Autoszenen bei Ihnen. Aber ich muss sagen, wie da eine persönliche Kontakte mit Ihnen von der Kompetenz, die Sie haben, von der Flexibilität und von der Korrektheit, die war ganz angenehm überrascht. Wir haben da das Weingut aufgebaut, das Weinkeller mit Venarium, ein kleines Privathaus, ein kleines Chalet für Gäste. Und ich muss sagen, die Firma Mohrigel hat das wirklich auf neuesten Stand der Technik gemacht. Und ob das die Mitarbeiter waren oder die Vorbesetzten mit allem, was ich zu tun habe, aber es war ein sehr komplexes Aufgabenfeld, haben Sie mit Bavur gelöst. Und ich werde morgen gleich wieder mal die Firma in Anspruch nehmen. Ich könnte die Firma Mohrigel im Stand der Dinge nur empfehlen. Ich muss sagen, das war so angenehm überrascht. Wir haben eine pauschale Verfehlung gehabt. Ob das preislich oder qualitativ war, ein Zahl.